auch da sind wir nämlich schon wieder bei die monologist da steht es noch mal grüße die kalli ist auch da unsere katze ist fett geworden wir haben jetzt einen namen für die kat und zwar panzer panzer ich dachte beutel aber okay eigentlich viele namen beutel murmel panzer bomba mach jetzt doch mal männchen verdammte kacke ja klingt nicht blöd männchen wir haben das nicht gefüttert ja wir waren gar nicht da ist mir auch ein rätsel ja wir pflegen gut wir pflegen gut so gut und wir haben uns gesagt wir machen mal heute wieder eine andere karte und zwar erst mal deadwood house um ein bisschen reinzukommen ein bisschen einzukommen und mal gucken ob wir das battle im irgendwann noch mal machen also bestimmt und auch was knacken ist die nächste frage ja also bestimmt wir wollen es ja irgendwie schaffen aber das würde ich da lange gelassen ey was willst du überhaupt ja haben wir jetzt eigentlich ausrüstung nicht alles dabei weil ich kann gar nichts dazu nehmen musst du was kaufen du bist doch gestorben na ja gut wir haben dreimal pillen dabei sich aber gerade einmal kerze einmal pillen dreimal pillen aber da fehlt jemand seine pillen ich habe meine zwei reingehauen ich habe meine einer reingehauen na ja ich verstehe da werde ich mal welche kaufen siehst du siehst du siehst du siehst du halt nicht machen die anderen mal und ich bin alle gestorben übrigens beim letzten mal ja also ich will nur mal daran erinnern scheiße meine sachen wieder stimmt ja ich habe meine auch gekauft alle die ich hatte genau es geht nicht mehr du bist gestorben ich kann ja nicht wieder konnte ja nicht zurück wegen der zeit und das war doch umgestellt und der erste schritt war tot ammann hammer ja ammann hammer hammer warte mal ich muss hier mal anklicken wir haben taschenuhr wäre nicht schlecht nix hammer ich scheiße noch ein na die uhren brauchen wir jetzt noch nicht nee die brauchen wir für bettlämme ja ich habe das mal gekauft ich habe ich hänge da voll ich hänge da voll man kann echt vier taschenuhren mitnehmen ja ich habe keine ahnung wenn jeder hat dann später aber jetzt nicht jetzt ja jetzt nicht gut jungs und mädels ich starte rein ja doch endlich mein gotter wäsche rein die redet und redet da das ist ja echt fünf stunden später glatze wieder ich habe noch nicht mal ein ladel ladel da ist ein ladel 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 hier bin ich habe haare auf dem kopf auf dem kopf genau das hat gerade freiwillig die was macht er da ja 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 was macht er hat bock auf gruppe man ja ganz klar gruppen schlechter also ich gehe wieder rein die musik ist tschüss die selben mission ist es kommt schön mit hier nicht alleine durch das gab ein paar bestimmte phrasen auf die er nur reagiert habe ich gelesen aber ich weiß nicht mehr welche das war wie alt bist du bist du ein kind wo bist du gib uns ein zeichen ich glaube das war nicht vielleicht bei phasmus aber hier glaube ich was anders ok oder hast du das gelesen in einem guide ich habe das nicht irgendwo gelesen ich gehe davon einfach aus glaube ich der automatische effekt von phasmus ah ja ok so hello bitch reicht auch aus hello hello bitch ja hello speak with me talk to me speak with me irgendwas ähnliches soll man da sagen das war recht laut ja das stimmt was war das war das bill oder sowas die puppe die war hier schon auch bei mir war auf du musst ja vorrennen mein gott ist ja hier die fingerabdrücke die anging richtig cool ok also hier waren keine abdrücke an der wand auch nicht ich habe gerade hier den aufschlag gehabt ja ich habe die kopie sehen spiel auf einmal so arschlaut aber bitte schoben wird dann hier schoben wenn du drei fünf aber oder oder geisterbock antwort und fünf sehr gut ich habe nicht verstanden yourself box mf flecken geisterbox fingerabdrücke sind raus habe ich auch gesehen ich bin nicht begeistert gefrieres ist das ist doch scheiße was habe ich noch ach so hier warte gemälde gemälde genau das ist nämlich noch drin hier guckst du boop colla dingsbums da das wird nicht besser niemals niemals so eine kamera dann hinstellen er soll verstehen genau endlich mal lernen was du meinst genau sein dass er das dass du dir nach ihm richten muss also ehrlich ja geht gar nicht wirklich wer tot ist muss sich nach den lebenden richten ich habe mich gerade erschrocken ich wusste dass das genau so passieren wird ja ich habe mit so ausgerechnet so was sagt denn unser verstand normal und christian als ganz tief unten immer fürsten sagt ja das finde ich mit absicht du hast recht aber auch von herzen zum teil ja ich merke schon was ich brauche das fingerabdruck gerät nicht mehr um schon abwerfen ach so gehen die erste box brauche ich auch nicht mehr so richtig wenn man es jetzt rauskriegen kann man es nicht fix in den kruzifix mit abaddon haben wir nämlich drin ok dann ist wenigstens eine person geschützt wenn es abaddon ist der kerze schon dabei ich habe auch eine kerze dabei ach du würdest mich doch wohl verarschen hätte ich doch ein kruzifix genommen wäre safe gewesen also voll sind auch wieder kommunikation 11 auf zu weinen ich ja noch nicht gefriertemperatur aber sowas von volle temperatur anklicken dann bestätigen macht aber dann stelle ich die kerze rein geht doch ihr klein naja ja klar geht das ich hab sie nicht zugemerkt aber für dich und jetzt soll man die see ja 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 mal was abkumpeln was müssen wir ach so scheiße werden die die träume oder abgekackt ist wir müssen die kerze ausblasen foto schießen kerze ausblasen und die menschen ich will ein foto könnt ihr mich mitnehmen hier kann da da siehst du das pinke kalli die leuchtkraft steht doch hier schon draußen ich musste sehr werter des toten geisters hier mit dem facken gerade krasse farbe ja ja gerade bei der karte ist die farbe ein bisschen krasser wie dein rot auch wenn feuerrot und mein weiß ist strahlet weiß sieht aus wie eine alte frau die klappe mann spinne geht gar nicht oh mein gott er möchte uns idea oh mein gott ja das steht voll auf unsere haarfarben ja ja was soll ich da sagen so dann würde ich er hat einfach das guzifix genutzt kalli hat das guzifix genutzt ja natürlich naja was ich noch nehmen kann ist salz das schützt mich ja dann ihr seid so ein bisschen rum so hat das schon geblasen foto kerzen und ektoplasma glas ich guck mal nach dem foto ich was war das andere kerzen habe ich ja weil die sind schon drin die sind schon vorgesagt ok ok derweise ich muss jetzt hier die geistlingsbums finden der kommt mit mir mit ich brauche rückendeckung Du hast Gruzifix. Ich habe keine Rückendeckung. Am Einstecken. Klein Christi sollte sich eine Kerze holen. Ich habe keine Kerze mehr. Komm doch in dieses Zimmer. Show yourself. Ach so, ja. Dieses Zimmer. Nein, komm hierher. Ich bin jetzt aber in diesem Zimmer. Mann, Christi, es ist gruseliger. Foto ist erledigt. Und Kerze ist ausgeblasen. Eine Kerze ist aus. Leute. So, Kali, das musst du liefern. Mann, no. Und zwar muss, wie war denn das letzte Mal? Da ging einfach das Feuer an im Kamin. Ja, wenn wir alle drei Dinge haben. Also dann geht das Feuer im Kamin an? Und dann mal hier lang, Kali. Oh mein Gott. Ja, Mann. Ich dachte, man kann jetzt schon Feuer machen. Wo seid ihr? Nein. Pianoraum. Der muss nicht immer hier sitzen. Das wäre ja total langweilig, wenn er immer nur hier sitzt. Naja. Und er sitzt nicht hier. Das stimmt schon. Und dann lasst es uns weiterziehen. Ja, deswegen. Ich wollte nicht alleine. Alleine. Guck mal, hier ist Licht an. Angst und so. Küche. Küche. Ich mach den Abwasch. Oh Gott. Ja, mach mal, Burse. Sieht aus wie Sau hier. Die Bett. Oh, die Tür geht zu. Ja, haha, ist doch lustig. Ja, die macht doch mal. Wir haben abgeliefert. Ja, ich such doch. Dann nehmt ihr doch das nächste Mal das Flecken. Nein. Das ist ein Flecken. Das ist dein. Das ist dein. Wo waren wir da noch nicht? Hier rein, du Doofnuss. Da, da ist es. Du Doofnuss. Schriftrollen. Jungs und Mädels, Schriftrollen. Eine hat. Was war das? Wo seid ihr? Schade. Ich bin hinter dir, Kali. Oh, wach. Jetzt bin ich weg. Was? Ich renne hinterher. Wo waren wir denn hier? Was für Geräusche? Ich würde gucken nach Schriftrollen. Nummer eins ist weg. Nummer eins ist weg, hab ich gerade gehört. Nicht zugehört, oder was? Was ist jetzt mit den Schriftrollen? Da müssen wir. Da ist eine. Da war gleich ein Einhorn im Dingsschrank. Ja, hab ich auch schon gesehen. Okay. Dann bin ich beruhigt. Das sind keine Drogen, das ist wirklich da. Geht uns das noch ein? Ich hab die nächste Schriftrolle. Dann komm doch. Dann haben wir es nämlich auch schon. Du. Dann ist das einfach. Das, das, das. Das, das. Du bist der nächste, der stirbt. Ich sieh's schon. Naja, ich auch. Achso, mein Kutel fixen. Oh. Mhm, mhm, mhm. Ey, was geht denn so? Mach mal. Ich wollte nach dem Weg fahren. Dieses Haus ist gereinigt. Ist gereinigt. Tschüss. Also, ich finde den Weg. Von ganz allein. Ja. Ist erstaunlich, oder? Also, ich bin positiv überrascht. Ab und zu hat sie auch mal was drauf. Hat sie ihre Momente, ja. Dann haben wir jetzt alles, ja? Ja, wir haben alles. Ja, wunderbar. Ich fahre. Großdesasters. Das, der Job ist erledigt. Genau. Juhu. Ich graue mich so ein bisschen vor die nächste. Nein. Wer hat mit der Katze trainiert? Nein, ist sie dünn? Oh. Das sieht wieder normal aus. Das hast du wahrscheinlich bloß ein Bug oder so. Keine Ahnung. Ich hab 70. Oh, ich bin Stube 15. Nein. Nein. Panzer. Wo bist du hingeblieben? Mome ist wieder da. Das würde ich gern. Kurz. Berührungspillen. Kerze. 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 machen wollen. Ich mag ja das Cyclone Street. Muss ich zugeben. Können wir auch gern nochmal machen, wenn ihr wollt. Dann das Cyclone. Bereit. Ja. Achso. Hehehehe. Achso. Zurück. Und bereit. Ja, geht doch, junger Mann. Ist doch ganz einfach. Ist doch gar nicht so schwer. Hatt ich da gerade eine Anzeige von 3400 noch. Was? Was? Hä? Eine arme Sau. Geld. Mein Gott. Gib mir mein Fleckengerät. Gib mir eine Leuchte. Gib mir meine Leinwand. Komischerweise will keiner dieses verdammte Fleckengerät haben. Nee, das ist Kalli. Also von mir aus. Bleibt dabei. Ihr wisst doch gar nicht, wie Flecken aussehen. Es ist Kallis-Fahl auf jeden Fall. Was? Haare, Haaren. Was ist denn ein Haaren? Das geht nach. Wenn jemand dem, der hat ein Kuppenproblem. Oder hat ein Kessel, Foto. Hälfte für ein Glas. Ach, wir brauchen das dann auch noch weiter. Nein, 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 nein. Guck dir mal an, siehst du? Dann müssen wir die Uhren einstellen. Was? Eine U-Bahn? Wir müssen keine U-Bahn einstellen. Die U-Ren. Ah. Die U-Bahn einstellen? Gott. Die U-Bahn. Wo siehst du denn hier eine U-Bahn? Ich sehe nämlich keine. Ja, mein Gott. Das ist ja in Ordnung. Wir spielen mal ein U-Bahn-Spiel. Ja. Machen sie doch anders. Hallo, wir gehen nach oben. Nein. Don't kill Chris. Wir gehen alles andere. Wo bist du? Äh, wer are you? Ah, ich bin geblendet. Ich bin schön, glaube ich. Guck das Foto an. Immer mal Licht an. Last. Hallo. Give us a sign. Bäm. Was war das denn? Das war ich. Das war Last. Jemand schon in den hier reingegangen? Wo denn? Tür ist auf hier. Was denn für eine Tür? Die hier. Ach, die Tür. Wo ich davor stehe. Ah, wo du noch was hier tust. Mach mal kurz. Keine nicht. Ja, Geräusche. Keine Flecken. Die Tür war auf. Nicht die, Ilja, mein Gott. Ja, wir haben die Buche in die Gepresse. Ja. Der hat fünf. Der hat Chris verborgen. Ich glaube, wir spinnen. Nee. Das ist egal. Warum kriegst du denn nicht, du verdammter Kreis? Boah, du spätst. Boah, du hättest aufregend sein. Direkt gegen den Kopf. Dann kann sie besser nachdenken. Ja, gut so, gut so. Und wieso hängt ihr eigentlich immer nur die Zubber? Gefühlt. Ja, kannst du auch mal woanders hingehen? Echt, ey. Häng doch mal in andere Zubber. Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Böhm. Gut. Ja. Wir haben das Piepen auch gehört. Weißt du, der malt auch hier? Ja, komm, wir geben ihm die volle Dröhnung. Hier, Mann. Mal ein Bild, wenn du so aktiv bist. Show yourself. Draw a picture. Flecken? Flecken? How old are you? Da ist passiert was. Mein Pizzi bläst wie verrückt. Where are you? Männer ist entspannt. Männer schläft. Are you a child? Meiner spielt mit. Oh ja. Warte mal, wer winkelt. Wie soll denn jetzt rausgehen? Now, sagt sie. Wenn du Hilder kennen willst, dann... Uh. Kannst du nicht über die Box quatschen? Box über... Äh, Box über Quatsch. Alles klar. Box über Quatsch, genau. Box über Quatsch. Mach Boxen Quatsch. Dann gehen wir mal kurz raus und holen eine Kamera. Tschüss. Oder goodbye. Okay, Chris. Okay, Chris. Das letzte Wort im Haus. Okay, Chris. Okay, Chris. Okay, nein. Ich bin schon draußen. Ich muss denn jetzt schon wieder Chris, mein Gott. Mein Gott, wo bleibst du denn? Ja, ey, Chris. Das geht gar nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin doch da. Was ihr euch aufregt. Ihr seid doch die Ablosen hier. Ablosen? Ablosen vor Verstand. Das heißt nur, sie hat Geschmack auf jeden Fall. Geschmack hat sie, weil sie an uns lutscht. Ja, sie hat voll Bock. Mir hat sie in den Höhren gegengeschmissen. Weißt du Bescheid? Geht gar nicht. Weiß ich Bescheid, ja. Das ist ja immer schade, was wir an mir nicht lutscht. Achso, ne, eine Kamera haben wir gar nicht. Das ist wirklich schade. Hallo. Hi. Warte, nimm mich doch mit. Ich habe jetzt gar nichts mitgenommen. Ich bin jetzt selten, indem ich bin hier rausgelaschen. Jetzt bin ich wieder mit dem Quinten. Ich bin wieder rein. Nein, ich habe einen Spotplatz frei. Ich hatte noch was mitnehmen können, aber habe ich nicht gemacht. Hello. Hello. Du bist trotzplatzfrei. Mein Gott, die kann auch nicht mehr sprechen. Leute, ich habe die Kamera nicht. Da ist sie doch. Die wollte gerade nicht aufplippen. Hello. Oder hat er uns verarscht? Das ist nämlich dein Problem. Wirklich, das ist immer dein Problem. Du bist glatt. Ja, du, mit dir rede ich. Glatt? Glatt? Ich habe Haare auf dem Kopf. Siehst du das nicht? Nee, ja, Haare hast du. Sonst, du bist zu glatt. Glatt? Ja, der rutscht mal ab, ne? Ja, ja. Glattes Haar. Weißt du, junger Mann, jetzt mein Tachelis, da wieder rein, sofort. So, junger Mann. Also, weißt du, reiß dich mal hier zusammen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du kannst mich doch nicht einfach hier immer, wenn der Geist draußen ist, fertig machen. Ich dachte, wir wären ein Team. Ja, das habe ich bei allen anderen auch gedacht. Kali, geh mal kurz raus. Ignoriert mich. Nee, die kann doch nicht zuhören. Die kann doch nicht zuhören, wie schlecht du bist. Ich bin gerade nicht zuhören. Wie schlecht ich bin. Ich gebe dir gleich mal schlecht. Ich feue dich gleich. Du wirst einen Monat die Klo sauber machen. Das ist so, als wärst du der Gegner und lässt mich dann da drin versauern. So, und ich scheiß mir in die Hosen. Und du stehst da. Also, ich bin wieder erschrocken. Ich will nur aus dir einen Mann machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Schluck Kaffee dazu, ey. Oh, ich muss mir kurz drehen. Bin ja weiter? Nein. So. Nicht aufhören. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, und jetzt stehe ich hier und wer von dir noch angeprangt hat, oder was? Ja, das kannst du nicht wahr sein. Ich bin ein entschuldiger Opfer. Ja, ab in die Ecke mit dir. Du wirst zehn Minuten jetzt in die stille Ecke gehen. Nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kali, komm raus. Nein, du bleibst hier drin. Junge Mann, nein. Meine Erziehungstechniken werden hier... Was für Antriebsstechniken? Oh, oh, oh. Wir sind noch nicht fertig hier. Wir sind draußen. Dann hat frische Luft. Hallo, Bill. Vielleicht kommt da nicht mehr Luft und Tod in die Gehirnzellen. Da kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Grüße. Wir können zu Ort gebrauchen. Nein. Hault, Iju. Doch. Ja, da bin ich wieder. Guckst du, war? Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo. Eine Geisterbox wäre auf jeden Fall nicht. Haben wir irgendwas Zweites? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er gar nicht hier. Vielleicht ist er ein Verarschengeist. Oh Gott, ich habe Drohnen genommen. Oh. Kurz raus. Ich gehe. Wir waren alle auf 80%. Oh Gott, ich gehe. Nee, ihr wart unter 80%. Ich war über 80%. Oh, siehst du? Der Geist hat halt den Geschmack. Hab heute den Glitzerfilm gehabt gerade. Ja, aber schade, wenn jetzt einer von euch sterben würde. Wirklich. Und ich nicht. Das wäre wirklich schade. Ich würde jetzt echt feiern, wenn du der Erste wärst. Das wäre das letzte Mal. Alter, guckt euch den Scheiß an. Er hat Bock. Ich muss Päsen. Kalli. Beine Fresse. Ich habe Bitch gesagt. Hier, du musst bei dir. Was immer so frech bist. Was bin ich? Du bist immer frech. Alter, ich habe was anderes verstanden. Wie ist das verstanden? Ach, das kann ich jetzt nicht sagen. Schade. Okay. Das ist was anderes. Ich habe das F. Ich weiß gar nicht, ob ich schon nehmen sollte. Ich soll jetzt mit ihm reden? Ja, wenn er dich so mag. Vielleicht reagiert er auf dich besser als auf mich. Ich habe ihn beleidigt. Du könntest nicht verstehen, aber naja. Gib mal fleckend Gerät. Okay. Gib, 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 gib. Soll ich noch was anderes mitnehmen? Pack dir mal vor, dass ich ein Gruzifix rein. Echt? Und wenn er auf dich steht? Ja. Oh mein Gott. Ich überlege, ob ich auch von selber nehme, weil ich 70% bin. Das geht jetzt schnell, dass ich auf 60 runtergehe. Ich habe ihn beleidigt. Ich glaube, das hat er verstanden. Sollte ich nehmen oder sollte ich nicht nehmen? Was? Ja, brauchst du nicht. Na ja, komm, ich war genauso. Einmal bei dir. Einmal schaffe ich noch. Wir beide waren gleich hoch. Das schaffst du schon noch einmal. Und dann hatte ich voll den Glitzerblick gehabt. Du bist du kleiner. Alter, los jetzt. Die ruhig deinen Heal, ja wirklich. Kein Problem. Oh, ich glaube, du bist voller Flecken. Das ist doch bei 70%. Oh, guck dir mal. Kannst du wacker reingehen, wirklich. Boah, deine Seele muss so schimmeln, echt. Schimmeln? Allein dieses Gelache gerade. Hörst du, wie gehässig er ist? Hello. Das knarzt. War jemand aufs Klo von euch? Hello. Nichts, ich wusste. Hello, bitch. Hello. Mein Gott, ich kann nur das. Hello. Hello. Geh mal nach oben. Mhm. Hello. Ja. Hallo. Ich weiß nicht. Wollen wir mal in den Keller des Grauens gehen? Hello. Ja, bin sofort da mit dabei. Hello. Äh, gefriertemperatur, Leute. Oh, stimmt, war mal dicht aus. Recht, du hast. Okay. So, gefriertemperatur. Hello. Abdrücke sind drin. Staffelei ist drin. Hello, bitch. ESG ist drin. Ektoplasma ist raus. Oh nein. Wieder keine Flecken mit den Flecken gerät. Ähm. Antworte. Show yourself. Show yourself. Äh. Brauchen wir die Box? Ja, Geisterbox brauchen wir. Los, Box. Hello. Ach, warte. Licht. Wo geht ihr hin? Ich geh mal kurz raus, die Geister durchgucken. Ja, wir gehen raus, Geister durchgucken. Ja, 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 ja. Hab ich eigentlich wieder beleidigt? Ich muss gucken. Ich muss gucken, was bei die Kusse. Jin Unimaro. Äh, äh. Da er ein sehr aktiver Geist ist, neigt er zu Jagd. Da er sehr aktiv ist, zeigt er sich mehr. Oh mein Gott, hab ich nicht gerade erst Pillen genommen? Ja. Es ist bekannt, dass er sehr schnell geht. Wir haben keine Daten. Jin Unimaro. Ich bin bei 66. Ja, 70. 65. Schwer aufzuspüren. Er hat voll Bock. Wenn jemand in der Nähe ist, wird er nicht jagen. Und dann hatten wir Abaddon noch. Abaddon. 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 Werden viele aus, die sich nicht selbst verteidigen können. Sehr tödlich. Wird sich womöglich während einer Jagd ignorieren. Ah. Könnte eine Mahre sein. Wenn er schwer zu finden ist. Könnte. Aber Gefriertemperatur ist oben. Aber bei den Höhen. Er hat gern gesprochen. Das stimmt. Ja, hat er. Naja, so hoch warst du jetzt auch nicht. Du warst auf 80. 88. Ja, war ich. Was? Aber witzig ist, dass... Doch, das könnte hin. Wobei, der nuckelt ganz schön an dir. Mhm. Er hat voll Bock. Weil ich bin mit 70 rein. Und bin erst bei 60 runter. Ich pack mir lieber vorsichtig. Kann ich überhaupt noch eine nehmen? Ich kann keine nehmen. Was hab ich denn alles dabei? Ah, Kruzigefixtes. Muss ich schon wieder Pillen nehmen? Ich glaube, wenn ich wieder reingehe, dann bin ich bei 30. Also. Ja, 30. Ich überlege auch, ob ich eine nehmen sollte. Weil ich auch bei den jetzt unter 70 Prozent bin. Das kenne ich gar nicht. Oh mein Gott. Ah, 71 Prozent. Na, das kenne ich. Wer hat die Tür da gerade aufgemacht. Na, das kenne ich. Keiner guckt auf das ESG die ganze Zeit, ne? Stimmt, wa? Hier haben wir noch kein Bild. Dann könnten es Fingerabdrücke oder... Ich hab das ja keine entdeckt. Aber wir können immer nach unten in den Keller gehen. Ach, das Problem ist, wenn wir jetzt alle Pillen nehmen. Ja, ja. Also ich müsste so langsam Pillen nehmen. Also ich muss Pillen nehmen. Vielleicht sollte ich weniger labern da drin. Ich muss auch Pillen nehmen. Dann haben wir gar keine mehr, ne? Nee. Ich bin bei 100. Ja, ich bin ein bisschen im Kiespalt. Aber ich glaube... Hat voll Bock, Leute. Ich sag's euch. Da sollten wir einzeln drehen gehen. Inzeln? Also einer geht rein mit Fingerabdrücken und Box. Wir sind einfach mal alleine. Mal gucken. Quatsch dann wieder raus. Ja, naja. Wäre eine Möglichkeit. Aber ob's eine gute ist, das ist die Frage. Das ist die Frage, ja. Hast du Peen genommen, Chris? Bisher nicht, nein. Okay. Wollte schon sagen, du bist ja ganz schön niedrig. Das ist ganz schön knapp, du. Und dann jagt er und dann holt er sich mich. Hier, ja. Ach ne, Ektoplasma hab ich weggeschmissen. Ja, soll ich mal reingehen? Noch Fingerabdrücken gucken? Ja, Kalli, dann gib mir die Box. Dann bleibst du erst mal kurz hier drin. Wenn er so auf dich fixiert ist. Soll ich mal die Tür und, und, und beleidigen? Und dann guck mal gucken, was passiert. Nee, 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 lass uns mal schön hier. Natürlich, Kalli. Was denn? Ah, Fingerabdrücke, check. So. Sehr schön, komm raus. Es ist ein Uni. Uni. Er spinnt wohl. Was ist ein Uni? Zeig mal. Uni, 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 Uni. Es ist bekannt, dass er sehr schnell geht. Wir haben keine Daten. Hm. Sehr schnell geht, ja. Ja, gut. Schön. Ups. Falscher Knopf. Ach so. Was brauchen wir noch? Wir brauchen... Ratten und ein Glas, Todeszeit. Links, Wupps, Glas, Fleckengerät. Das ist deine Aufgabe, das Fleckengerät. Solides Foto. Ich hab das Fleckengerät nicht. Liegt das Fleckengerät vielleicht oben? Das kann sein, ja. Das sollte man nicht irgendwo hinballern. Ja. Ich hab's vergessen. Ach so. Deswegen schlepp ich das immer mit raus. Oh komm, Chris, ich hoffe, du wirst noch ein bisschen vom Geist gejagt. Eigentlich war klar, was reicht überhaupt? Ah, na klar, ist klar. Hilft ein Kruzifix? Nein. Oh Gott. Ich muss eh nach oben. Eine Ratte. Da. Und? Hm? Das ist Chris aufs Garten. Das passt. Wir haben uns jetzt gerade noch. Show yourself. Wo ist der Kessel? Da ist der Kessel. Hinter dem Sofa hier oben ist noch eine Ratte. Show yourself. Eine Voodoo-Puppe. Na, da weiß ich doch gleich mal. Nee. Show. Hier ein Foto draufgeben und dann benutzen. Show yourself. Wo ist jetzt noch eine Ratte? Ach, da ist eine Ratte. So, komm her. Das ist auf deinem Geräusch. Ach so. Show yourself. So, ein paar Einig schieben. Ja, ich auch. So, dann hat er erst mal den Kessel. Show yourself. War da gerade ein Kinderlager? Wo? Hä? Show yourself. Hier ist noch eine Ratte. Ein Bart. Okay, die Ratten haben wir gleich. Show yourself. Show yourself. So, Ratten erledigt. Show yourself. Hm. Ja. Da kann ich mal in den Keller gehen, wa? Würde ich sagen. Show yourself. Vielleicht finden wir da. Den Todeszeitpunkt. Ja. Dann macht die Birne kaputt. Nicht schön. Show yourself. Ein Foto habe ich geschossen. Ich muss mal kurz gucken. Das hat sich irgendwie nicht erleuchtend angehört. Redet auf jeden Fall ein bisschen weniger wegen... Du weißt schon, der hat Bock. Redet beide nicht. Ich gucke mal, wie euer IQ ist. Kali 92, klein Chrissy 89. Ja, wir müssen nur noch den Todeszeitpunkt herausfinden. Ich suche... Alter. Limbo. Limbo, Limbo. 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 Lim und O. Limbo. Bubo, Lim. Nee, das Ding will das nicht. B-Lum. Bings. Oder ist es taub? Limbo. Limbo. Am Arsch. Warte mal. Wo ist denn... Hä? Hä? Ich kann mal helfen. Ah. Nee, wir brauchen deine Hilfe nicht. Kannst draußen bleiben. Limbo. Ja, von mir aus. Limbo. Ich hoffe, er frisst dich da drin. Limbo. Okay, Chris. Mein Gott, Limbo. Ah. Na, wie ist der? Nachdruck. Ohra draußen. Schnapp ihn dir. Tigere. Los. Ich hätte es die Uhrzeit jetzt oben aufgetaucht, obwohl ich überall geguckt habe. Und Kreuze und Lachen. Ja, Standard. Jawohl. Oh, das Lachen war neu. Oh, sag doch sowas nicht. Ja, das war nichts. Haha. Hey, Kalli, jetzt warten alle nur noch auf dich hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich gucke. Chris, warte doch mal auf mich, Bein. Achso, ich dachte, du bist hinter mir. Ja. Ich dachte, du bist 2. Das ist Chris, ne? Ich hab's, ne? Einfach los, Rennen. 3,25. 3,25. Ja. Gut. So, dann die Uhren. Sind die jetzt auch schon erschienen. 3,25. Ich guck mal nach meinem Mikro. Hier ist nichts. 85. Oh, geht doch. So, ich hab eine Uhr schon mal eingestellt. Nicht einen Glückwunsch. Danke sehr. Oben? Nein, ich bin im Keller. Oh Gott, jetzt ist Licht blindet. Zweite Uhr. Das war's. Dieses Haus ist gereinigt. Ist gereinigt. Los, des, das, das. Juhu. Ich würde gern springen, aber es geht hier drin nicht. Das geht leider nicht. Das stimmt. Jawoll. So. Gut gemacht. Wir haben aufgeräumt. Naja, alles, alles reihingeschmissen. Mhm. Yeah, wir haben alles. Hast du auch eine Uhr gehabt, Helia? Weil ich hab nur zwei eingestellt. Ja, ja, ich war diejenige mit der Uhr. Ich hab keine gesehen. Ja, du bist halt doof. Das ist halt Sonnbrille. Es ist halt dunkel. Ah, backen. Ja, hm. Alle beide backen, 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 backen. Ja, selber backen. Backen, 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 backen. Weißt du, ich trinke noch mal einen Schluck. Zweimal mehr backen als du. Ich hab auch einen Schluck gesagt. Da, in meinem Gesicht. Uni. Oh. Level 17. 5.375. Ich bin eine arme Sau. Das ist wirklich eine arme Sau. Ja, warum? Weil ich gestorben bin. Das geht gar nicht. Ich bin dafür ab da gestorben. Und bin trotzdem reicher als du. Als wie du. Redest du gerade mit mir? Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Pack lieber ein Kuzi gefixtes rein. Dann spalk mir nämlich eins. Gibt er mit seinem Geld an. Hä? Hat jemand Salz reingepackt? Ja. Okay. Deswegen konnte ich kein Salz gerade reinpacken. Richtig. Da wunderst du dich, ne? Da hast du ja Geld. Gut, meine Lieben. Aber ich würde sagen, das war es erstmal mit der Folge. Wir werden jetzt mal eine Runde kleinen Chrissy in die Ecke stellen, damit er zu lösen darf. Und bis dahin, wir noch bis zu sehen und bis zur nächsten Folge. Tschö, mit tü.